Der Nordstrand Ihm kann auch Rick den Wellen dieses Strandes nicht widerstehen. Hast du eine Idee? Wenn sie bricht, alter, musst du weg sein. Er ist verschwunden. Es ist zu gefährlich. Geh lieber nach uns. Den Mut, den er braucht, bekommt er von einem Mädchen. Du bist anders als die anderen. Sein Lehrer zeigt ihm, wie er es schaffen kann. Du tust alles, was ich sage. Du stellst keine Fragen, denn wenn du es tust, ist es aus. Du musst mit den Wellen gehen. Lass sie für dich arbeiten. Ist Kevin in der Spitzenklasse? Nein, Kenny würde das nicht wollen. Aber Rick muss kämpfen, bevor er den Triumph auskosten kann. Wieso hast du die Wettkämpfe? Weil sie das Schlechteste Menschen erfordern. Er kam, um die Wellen zu besiegen. Ich dachte, das wolltest du beweisen. Wollte ich. Doch dann fand er den Unterschied zwischen dem Besiegen einer Welle und dem Eindringen in ihre Seele. Ein großer Film.